Hi Leute! Hallihallo zu einem neuen Youtube Video von mir! Wir wollen es jetzt schaffen die ganze Zeit Ich habe einen neuen Gruß ausgedacht Und er ist gut Es ist jetzt erstmal gekommen Wow! Und wir sind jetzt dabei einmal schnell Pokémon in Real Life Part 2 zurückzuladen Yay! Das ist das Schlechste! Und darf ich euch jemanden vorstellen? Darf ich? Okay! Ich muss keine Angst haben Ja, warte kurz So komisch Hallo Leute! Ich heiße Chris Ja, Hi Chris! Es ist ein Begleiter der fast in jedem Video vorkommen wird Chris ist ein Toll-Ding Toll, 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 Toll! Tschüss! Er kommt jetzt vor und dann wollen wir jetzt einfach mit dem Video anfangen Wir haben dich schon eine Minute verbraucht! Was? Okay, Kokowai Du bist ein tolles Pokémon Und ich schätze dich so Was wollen wir mit dir machen? Genau! Oh! Wann ist das? Wann ist das? Wann ist das? Hi. Ein Woltelamm. Da haben Woltelamm. Da muss ich zwangst. Guck mal rein! Los! Bist du mein Team? Oh. Guten Tag. Oh, ein, ein. Ich hab Schlucker. Dieses Würfel mit Kokowai und Woltelamm brauchte ich 50 Milliarden Jahre. Nein, Spaß. Ich brauchte wirklich vier Monate, um diesen Würfel endlich hinzukriegen. Und jetzt hab ich... Nein! 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 Mit der Wagengeschichte muss ich euch kurz unterbrechen. Liam hat... Ui! Aua! Liam hat versucht den Würfel aufzubauen. Wir warten denn noch mal vier Monate. vier Monate später! Äh... Kokowai! Moinsa! Warte, bitte. Kokowai! Helf mir! Ich versuch! Ich versuch! Ich glaub das gehört da hin. Das hier so hin. Und dann das so hin. Und dann das so hin. Wird gut aus. So hin. Das so hin. Nein. Es ist alles getré, ein paar Krise. Ah, das ist doch so einleitend! Nein! Es ist mir immer wieder. Ok, mach. Kokowai. Drei. Das ist einfach nicht so einleitend. Das ist einfach nicht so einleitend. Tschüss